Attackiere die feindlichen Truppentransporter, verteidige deinen Truppentransporter, die Seite die meisten verblebende gewinnt. Du hast mich schon verstanden. Ich versteh dich immer. Hey, wir sind auf Tatooine am Tag. Es ist schon geil, dass es zwei Jahreszeiten gibt. Äh, Tageszeiten. Es gibt zwei Jahreszeiten, Tag und Nacht. Weisheiten des Land 16. Tatooine im Winter. Man muss einfach direkt am Anfang spawnen immer und sich überhaupt nicht die Landschaft anschauen, sondern direkt spawnen. Das Power abholen, das Helden-Power abholen. Und dann den Rest der Schlacht als Held spielen. Dieses Fahrzeugreparatur, den kann man nicht einsetzen, wenn man will. Nee, das kommt jetzt zurück in die Schlacht. Ja, dann hat es schon wieder ab. Immer. Dann hat es schon wieder Angst. Komm, kaputt. Aber die Ion-Kanonen, die brauchen irgendwie eine kürzere Anvisierzeit, habe ich das Gefühl von einem Teil-Apfangiger. So. Feuerwerk! Irgendwie habe ich das Gefühl, keiner ist in der Schlacht von den Gegnern. Na, ich habe auch das Gefühl, ich sehe auch nur gerade KI. Okay, noch hat keine Sleppwohnung. Das kann der Gegner nicht gerade überlebt haben, ob du so als Kick gezetern. Aber dieses Anfügen am Anfang ist schon immer schön. Es ist auch ein Ausweichmanöver. Das ist Locking on. Wuuu. Ich habe immer noch keinen Helden, oder? Ich habe keine Ahnung. Sie haben auf jeden Fall Millennium Falcon. Ja, das habe ich gesehen gehabt. Sie bearbeitet sich gerade. Ach, doch, wir haben die Slave-One. Also Chance vertan für diese Runde, der Held zu sein. Schade. Ich helfe dir mal beim Millennium Falcon. Ja. Alles auf den Falken drauf. Punkte, Punkte, Punkte. Ach, heile. Gut, dass man sich nicht gegenseitig kaputt machen kann. Ist doch gar nicht in die Gefahr. Doch, bin ich. Rechts bei mir nicht. Aber gut. Mir schon. So, ich glaube, ich kann es natürlich doch lieber auf die Kills. Oh, angreifen. Da steht angreifen. 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 Mach das, mach das. Ich bin da gestorben. Oh Gott, das ist viel zu weit weg. Ja, zwei Kilometer ist ein bisschen weit. Ah, nee, das ist easy. Da sind ja schon wieder drei von uns da dran. Wow. Das ist ja eigentlich schon kaputt. Das ist ja schon kaputt. Und da vorne ist der Millennium Falcon, der überhaupt noch nicht. Nicht mal an der uns kaputt ist. Ich habe viel auf ihn drauf geschossen. Ich habe wirklich viel auf ihn drauf geschossen. Das ist einfach so sinnlos. Die Helden sind viel zu steil. Das müssen wir doch gecheckt haben, dass die Helden so völlig überpowert sind. Ja, vielleicht kommt ja noch ein Patch. Da kommt garantiert ein Patch, weil das kann so nicht bleiben. Ja, Patches kommen sowieso, hoffentlich. Vor allem auch dieses, dass der Modus ein bisschen länger wird. Ja, schon fünf Minuten in der Luft. Ja, schon schön. Das geht doch kaputt. Ach Gott, bin ich gerade weg. Geht doch. Das ist ein anderer Part von Tatooine. Sehe ich das gerade richtig? Ja, das gibt zwei Protöten. What? Nice. Sehr nice. Ja, dafür gibt es noch keine Endo-Map, glaube ich, wenn ich es richtig nachdenke. Ja, ja, genau. Ja. Schlacht auf Endo. Über Endo. In die Bäume. Am Todesstern vorbei. Das gibt es auch so, dass ich bestimmt für das DLC dann aufgehoben habe. Schlacht um den Todessternraum. Würde halt so passen, einfach. Gegen mir? Gerne. Alter, Herr Ewing, schnell. Oh, kaputt. Aber schnell kann ich auch, Herr Ewing. Oh, kaputt. Das war, ich repariere mich mal. Über Kopf. Gut, dass uns nicht schlecht wird. Na, komm, anvisieren. Jetzt wie sieh doch an. Nein, nicht anvisieren. Die fliegt so schlecht, das ist klasse. Ja, wenn sie beieinander fliegen, das wird ihnen das Beste. Ich bin zerstört, schön. Die Ewing sind echt schwer. Zünderwicht, deutlich schwerer zu erwischen. Ja, weil sie auch klein sind. Und weil sie alle von, alle von Menschen geflogen werden. Sie sind ja von Gott kaputt gegangen. Gerard, du siehst du eine Chance. Ich träume immer noch davon, einmal mehr als, einmal selber fliegen zu dürfen und nicht nur, das habe ich so aufgeregt von, das war ja nur noch ungefähr. Oh, kacke. So habe ich mich darauf gefreut gehabt, die Stay Ones spielen zu dürfen und dann, und dann sowas. Irgendjemand ist mir Lern im Fallen geworden. Oh, kacke. Ich brauche Leben. Ich brauche Leben. Ich brauche Leben. Ich bin tot. Und die Stay Ones ist auch schon lange wieder da. Ich bin noch da. Ich bin tot. Aus lauter Hohl fliegt sie auch noch an mir vorbei. Nur noch 50 Kills. Dann haben wir es gewonnen. Ich arbeite dran. Na, da ist der Melian im Falken. Ich denke, ich doch gar nicht. Ich bringe doch nichts. Schön ausgewichene Rakete. Vorausgesetzt, sie sollte an mich gehen. Wenn ich dampfe. Nein! War nur, glaube ich, Wolken. Hey, Wing. Du. Du Uso. Du Uso. Du Uso. 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 Uso 12. Das ist dein guter Freund. Ja. Oder er nicht so. Ey, nur mit guten Freunden. Trink mir einen Uso. Oder wie war das? Ja, irgend sowas. Irgend sowas müsste es gewesen sein. Rebellen Transportschiff dann kommt. Ich bin tot. Wurde von meinem... Es hat... Es fliegt tatsächlich immer dein X-Wing. Haha! A-Wing zerstört. Aber das kommt genau von da unten. Perfekt. Ich sehe es nämlich da. Das kommt genau von oben auf das Ding. Das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, ich glaube, die Rock One kann in den Lennon Falken ziemlich viel Schaden zufügen. Rock One. Äh, Slave One. Rock Shadow, das war Star Wars Bed... äh, das war so ein Licht. Wow. Alles drauf. Alles drauf da hinten. Die Slave One ist auch hinter dem Ding. Und ein Kellner Hund. Da lebt er nicht lange. Wir haben's gewonnen. 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 Lenn 16, Drachmurge, 3, 3, 4. Sieben KI-Kills. KI hatte keine Chance gegen Lenn 16. Aber Lenn 16 war nicht Erster. Oh. Lässt er schon nach der Lenn 16. Aber man kriegt für diese kurze Zeit, die man hier spielt, kriegt man immer so viele Punkte. Naja. Das ist mehr als in anderen Modi, finde ich. Hab ich auf jeden Fall so das Gefühl. Ich krieg normalerweise immer so das Doppelte rum. Ja gut, aber normalerweise ist es auch schon länger. Das sind ja immer nur so fünf Minuten oder so. Ja, kann schon sein. Ich glaub, irgendwie den Modus werde ich auch nicht so oft spielen, auch wenn er eigentlich cool ist. Er muss halt gebalanced werden. Er muss gebalanced werden, eindeutig, ja. Also hinsichtlich von Helden. Ja, dass man mal mehr Helden hat. Mehr Helden, ja. Ja komm, zwei Helden-Schiffe ist auch ein bisschen wenig. Ich hör dich nicht. Ein Helden- und ein Schurken. Ah. Ein Helden- und ein Schurken-Schiff. Ja, ich hab mich, ich hab mich gedreist, um mich anders hinzusetzen. Oh mein Gott. Ja. Sitzt du jetzt auf deinen Beinen? Ja. Ja, auf meinem einen Bein. Mein anderes Bein ist angeweigelt. Ich sitze immer ganz komisch da, wenn ich spiele. Das ist die Kurse und direkt am Anfang starten und alle mit einem mitfliegen. Ja, hab ich die X-Wing genommen, warum hab ich das gemacht? Wo ist der Held, wo ist der Held, wo ist der Held, wo ist der Held, wo ist der Held? Ja, ich schau auch gerade, verzeih' mich schon. Ist der Held. Der Held vom Erdbefeld. Wo ist er? Ist der Held, das gibt's doch nicht. Nein, da unten ist er. Nein. Ja, ich hab ihn gekillt. Pooh. Ich hab schon das den Helden. Wow, das war ganz schön. Ich kümmere mich doch nicht um den Helden. Das ist das einzige, warum ich mich kümmere. Ich weiß. Das ist genau, dass ich bin genau, der ich nicht bekomme. Das ist dann genau das. Das ist durch, hab ich mal einen abgeschlossen noch. Weil ich gerade hier unten so schön unterwegs war. Yeah, ich hab ihn kaputt gemacht. Held, Held. Jawohl. Held. Millenium Falke. Nice. Nice. Oh, dieser majestätische Anflug. Nice. Oh ja, der Bellen. Der Bellen, wenn man auf sieben. Doch ein Busser, der Millenium Drache. Der Millenium Drache. Cool, ich muss lernen, was du hier kann, der Millenium Falke. Ja, das ist vielleicht worden. Ich sehe, dass ich die Imperials mehr, aber das soll kommen. Ah, hi. Ah, ich will nicht in den Grafen. Okay. Also, auf die Slave I. Das ist ja, ich meine Hauptaufgabe, wahrscheinlich auch. Wow, ich muss mal gucken, wie es innen ausschaut. Und? Ich wollte mich aber nicht los. Ja, weiß nicht. Ich bin mir gerade schlecht. Wow, ich hab cool aus. Das ist übrigens der Aeroon von den Eis. I can't hold it. Slave I. Versucht mich immer noch abzuschütteln. Oh, süß. Nee, nee, liebes Leibbon. So nicht. So wird es mir nicht los. Nein, wir sind einander geflogen, verdammt. Beide kaputt. Ja. Wow. Aber das hat richtig. Das bringt so krass Punkte die ganze Zeit. 29 Punkte, ja. Was wert. Egal, ich hab mal einen Rasen und Falken gespielt. Ich hab das Leibbon zerstört. Also, Ziel erreicht. Sehr schön. Ah, das war schön. Aber ich weiß jetzt auch, wo das Ding spawnt. Ich kämpfe jetzt. Ich kämpfe jetzt am Sporn. Nein. So traurig bin ich dann auch nicht. Das war nur, weil ich die X-Wing gespielt hatte. Weißt du, ich muss ein X-Wing gespielt. Der hat Glück gebracht. Was zum. Was. Dann kam er gerade zwei Teiljäger, was man ein zerstört. Der ist einander nicht hier geflogen. Ich bin gerade richtig on fire. Ich hätte das, glaube ich, nicht sagen sollen. Das ist immer ganz kritisch, so was zu sagen. Ich bin schon 10, 10 Teiljäger zerstört. Da. Hält es da. Hält es da. Oh, schaut gut aus. Den krieg ich wieder. Den krieg ich wieder. Den krieg ich definitiv wieder. Jawohl. Hahaha. Diese schöne Musik. Ist das geil oder ist das geil? Umdrehen. So. Möglichst nicht wieder die Slate von 30. Ja. Ah. Wuh. Ich bin so gut. Ich bin so toll. Ich bin der A-Wing-Pilot. Ich bin der A-Wing-Pilot aus Tirol, ja. Er kann auch ziemlich oft drei Raketen schießen. Ich habe das Gefühl, die Dings ist hinter mir, die Slave 1. Ach. Schauen wir mal. Ne, ist nicht hinter dir. Ist hinter mir. Ich bin sehr schnell aufselig. Ich bin der A-Wing-Pilot. Ja. Ich bin der A-Wing-Pilot. Ich habe dich im Blick gehabt. Ich bin der A-Wing-Pilot. Ich habe dich ja geschossen. Der A-Wing-Pilot. Wir sollen darüber irgendwas angreifen. Ja, ich bin schon auf meinem... I'm on my way. Nicht auch. Ich greife aber sofort den hier. Ah, verdammt. Ich bin der A-Wing-Pilot. ich bin so weit weg ja ich muss andere allein kann ich verteidigen hat hat das ding erledigt schon noch die punkte von dem komfort sieg wir sind so gut aber nicht schlecht sind besten flieger auf jeden fall tatsache ich bin kein einziges mal gestorben und das an verluste nur transport am besten schaden zugefügt das ist doch schön wenn nur wir beide am ende da ist das ist ein schönes Thumbnail so mag ich das Land so mag ich das ja so kann es öfter sein auf jeden Fall auf jeden Fall das ist sehr gut reicht es für Stufe 10 na nicht ganz hat nicht ganz für Stufe 10 gelangt mit welcher Map hatten wir angefangen mit Zolliske ja gut zu wissen jetzt muss ich nur noch mal schaffen irgendwann die Slave 1 zu spielen dann bin ich glücklich habt ihr dann alles gesehen was es hier zu sehen gibt in dem Modus ich glaube wir werden auch längere Zeit nicht mehr spielen würde theoretisch kannst du ja auch immer Flieger nehmen während die normalen Schlachten sind da ist das aber da sind dann nicht so viele andere Flieger das ist wahr ja da könnte man eigentlich noch ein bisschen KI einbauen während den normalen Schlachten finde ich also die KI die nicht den Boden angreift sondern ja ja hätte man machen können hätte aber mehr Arbeit gebracht ja ja natürlich aber von Ideen und das ist nicht so schlecht gewesen so du weißt wo hier die Uhr auf der Slave von müssen ich dachte dass sie das Leben schon gehabt für eine Sekunde das stimmt wohnen wo war das das weiß ich gar nicht mehr schade ich da leider gestehen alles schaut schön aus schaut schön aus ich glaube hier war es irgendwo irgendwie hier war das in der Ecke kannst du mir nicht entkommen ah verdammt du kommst nicht vorbei oder doch ne er kam nicht vorbei ach dieses rumgeheule ist immer schön für den Mann Nein mich hat der Ex-Wing getötet vom Antrieb was ist denn hier schief oh der weiß ja was er tue ich hab den hier wischt ah diese Avings sind so schnell diese kleinen ich erledige ihn für dich ah verdammt ja kaputt nein die Punkte kommen gar nicht hinterher naja hatte ich auch schon öfters mal wo ich den Transporter abgeschossen habe weil ich den fast im Alleingang abgeschossen habe und es immer nur 5 Punkte bringt ich habe genau im Visier und jetzt habe ich dich nicht mehr im Visier Pfff ah das hat schon hier alles das ist die Late One ich hab nicht gehört gehabt dass die Late One kam ich bin hier irgendwie nicht so angezeigt äh angesagt oder äh das genau so oh der Lernge im Falten hat mich gekannt genauso wie Helden wird das halt angesagt rechts oben Juhu irgendwann steht das Rang 10 Sturmtruppler hey ich bin direkt hinter dir schön ich bin jetzt hier schon öfters gestorben als im letzten Spiel ja doch jetzt bist du gar nicht gestorben unendlich angreifen wo ist das Ding da ist es da ist es perfekt das ist genau da wo ich bin ich auch schön okay okay wir haben das dann ein Problem damit anscheinend ja ach das LeP ne wuuu ich drehe einfach um ich drehe einfach um das heißt wir haben es eh gleich ich habe einfach umgedreht naja ne das LePan macht das schon zwei macht die Slipan das doch nicht Slipan was tust du der kann ich mir zwei Lebensönergien kommen eins einer da noch komm komm oh ich bin kaputt jawoll da ist er doch mal auf Null gegangen sehr schön die beste Aktion war wo ich den Falken Slipan gesteuert hab das ist es einfach beide kaputt gemacht aber ich der andere ist so komisch gewendet und ich war dann zu voll auszuweichen war da glaube ich das Problem oh Gott nein ich hab dich die Auswahl ist hier ja berauschend oder ja diese diese Avings sind einfach immer so schnell und kaputt das ist Wahnsinn da können echt Leute die Dinger fliegen ja da haben wir auch im Falken ein bisschen Raketen draufhauen du klingst überrascht ja das ist gut das ist noch relativ oh Entschuldigung boom kaputt das ist gut ist noch relativ am Anfang jetzt ich spiele ich noch nicht so lange draußen ja das heißt die Leute sind noch nicht so geskillt das heißt man hat jetzt auch noch Chancen das ist immer schön wenn man das Spiel dann so nach zwei Jahren oder nach einem Jahr spiele das Spiel hat nur die Leute die in einem Volk ist meistens aber ich bin doch jetzt schon das ist der beste Lernstern mein Team von daher da brauchst du keine Angst haben na ja aber es gibt auch Modus wo wir gerne spielen können wo jeder einen Helden hat und unsere Unterstützer da werden wir nicht so abzunehmen ich sehe schon da werde ich so viel Spaß haben ja klar wenn ich das nicht ganz viel Spaß genug boom kaputt oh das könnte aber auch bald für unser Verteidiger die Ex-Visionen sind so nice das könnte auch für unser Ding gehen was wir verteidigen sollen das müssen wir oh hört auf unsere Sache kaputt zu schießen ich verliere dich nicht du X-Wing niemals dich habe ich nein das Ding ist gleich kaputt ach verdammt wie wir werden halt nicht so viel aus ausweich manöver einleiten ich habe 10 Ex-Wings zerstört schön ich weiß ich habe auch gerade wieder eine erledigt aber 10 ums noch nicht aber ich arbeite daran dass es mehr werden boom hä wir hatten das schon wieder geschafft dazu kann man das gar nicht boom take them out take them out diese diese A-Wings die nehmen wir wieder einen Teiljäger A-Wings sind super ja nicht wenn sie gegen ein kämpfen ich habe kein Problem mich greift irgendwie niemand an das ist schön die haben alle schon Respekt vor dir hast du dir gut gearbeitet hast du dir gut gearbeitet hast du dir gut gearbeitet ach verdammt nicht im Boden Fahrzeugreparatur ja das ist ziemlich los bist du ach ich brauch doch nur einen Hit auf dich hör auf zu dummen zu fliegen nein wir haben verloren wir haben verloren wir haben verloren auch bapa ba 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 meiste Kills natürlich Acht Stück easy ich bin stupme 10 jetzt das ist gut was trinkst du außer so ne komische Figur oder wahrscheinlich auch ne nur die Figur echt nur die Figur ich glaub nur die Figur Frechheit. In der Tat. Lohnt sich das ja gar nicht. In der Tat. Oh man, oh. So, jetzt sind wir wieder auf Hoth. Auf Hoth. Ich schau mal, was ich bei meinem Aussehen machen kann. Doch, es gibt eine neue, ne, das ist, doch es gibt eine neue, oder? Ne, die hätte ich mir nicht, ne, ne. Doch, es gibt eine neue Waffe dann. Echt? Große, der Sniper Dingens. Ach so, ja, genau. Stimmt. Hebe ich mal von mir für die Karte auf. Du weißt schon, welche ich meine? Wahrscheinlich. Die eine Karte genannt soll, ist...